Ja, jeder muss mal von dieser Welt gehen, früher oder später, verhindern kann das keiner. Aber was geht denn dir vor, kurz vor deinem letzten Atemzug? Was geht denn dir vor? Siehst du wie dein Leben endet, bald ist es vorbei und das weiße Licht kommt näher, du gehst diesen Blick allein. Deine letzte Träne, deine letzten Gedanken, jeder muss mal gehen, seh das bitte nicht als Strafe. Sterben durch der Fremdenwirkung oder durch ein Selbstmord, Himmel oder Hölle, für den Mensch ist das ein fremder Ort. Deine letzten Schmerzen, deine letzten Augenblicke, Kette durch den Körper, du bist kurz vor dem Erfrieren. Dein Geist verlässt deinen Körper, du bist auf der anderen Seite, kannst deine Familie sehen, wie alle Menschen in dich weinen. Deine Kinder, deine Eltern, du musst diesen Schmerz ertragen, du bist jetzt für immer frei, doch sie haben tausend Fragen. Deine letzten Wege, keiner konnte dich begleiten? Hattest du ein schönes Leben, war eine schöne Zeit hin? Keiner kann es ändern, aber alle bleiben stark genug, jeder wird sich dran erinnern, an dein letzten Atemzug. Anders weißt du nicht, kommt das letzte Mal die Zeiger ficken und dein ganzes Leben nochmal kurz an dir vorbeiziehen. Deine Augen schließen sich, ein letztes Mal machst du sie zu und deine Seele steigt nach oben, dein letzter Atemzug. Anders weißt du nicht, kommt das letzte Mal die Zeiger ficken und dein ganzes Leben nochmal kurz an dir vorbeiziehen. Deine Augen schließen sich, ein letztes Mal machst du sie zu und deine Seele steigt nach oben, dein letzter Atemzug. Werden dich die Engel in den Himmel führen oder werden dich Dämonen in die abgrundtiefe Hölle zerren? Waren deine Taten gut oder oft von Hass geprägt? Hast du deine Sünden immer eingesehen? Was waren deine letzten Worte, was waren deine letzten Pläne? Alles was dich jetzt verfolgt, ist der Ballast deiner Seele. Du bist einfach nichts, keiner kann dich sehen. Du verweilst im Jenseits deine Seele ebenfalls. Sieht nach dem Tod, alles nur ne Sage, kannst dein eigenes Grab besuchen und dich tausend Sachen fragen. Manchmal ist der Tod besser, was ist schon das Leben wert? Wenn du erst gestorben bist, kannst du dir so viel erklären? Kerzen brennen an dein Grab, Rosen sind dabei gelegt. Irgendwann wird man dich vergessen, leider bleibt die Zeit nicht stehen. Keiner kann es ändern, aber alle bleiben stark genug. Jeder wird sich dran erinnern, an dein letztes Atemzug. Wenn das weißt du nicht, kommt das letzte Mal die Zeiger ficken und dein ganzes Leben nochmal kurz an dir vorbeizieht. Deine Augen schließen sich, ein letztes Mal machst du sie zu und deine Seele steigt nach oben, dein letzter Atemzug. Wenn das weißt du nicht, kommt das letzte Mal die Zeiger ficken und dein ganzes Leben nochmal kurz an dir vorbeizieht. Deine Augen schließen sich, ein letztes Mal machst du sie zu und deine Seele steigt nach oben, dein letzter Atemzug. Und das Leben zieht an dir vorbei. Und dein letztes Mal atmest du nochmal ein Und dein letzter pflegt, ja das Schicksal hat dich ausgesucht Deine letzte Reise, das war dein letzter Atemzug Und das Leben zieht an dir vorbei Und dein letztes Mal atmest du nochmal ein Und dein letzter pflegt, ja das Schicksal hat dich ausgesucht Deine letzte Reise, das war dein letzter Atemzug Wenn das weißt du nicht, kommt das letzte Mal die Zeiger ticken Und dein ganzes Leben nochmal kurz an dir vorbeizieht Deine Augen schließen sich, dein letztes Mal machst du sie zu Deine Seele steckt nach oben, dein letzter Atemzug